Moin moin meine Freunde, diese Woche war es endlich soweit. Sowohl in Clash Quest als auch in Clash Mini sind die beiden Updates rausgekommen und sie sind übertrieben geil, Freunde. Ich fasse euch wieder mal zusammen, was alles diese Woche passiert ist, was in den Updates drin vorkommt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Abo da, ihr unterstützt mich damit, würde mich drüber freuen. Wir fangen an mit Clash Mini. In Clash Mini gab es Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils noch eine Mini Minute. Habe ich auch jeweils ein Video dazu gemacht, aber da will ich jetzt gar nicht so doll drauf eingehen, weil das alles ja schon aufgelöst wurde, als das Update endlich draußen war. Die Mini Minutes waren einmal über den Starry Set, einmal über das neue Board und einmal über Clans und Boss Rates. Genau, ich musste gerade selber kurz überlegen. Das waren die Mini Minutes und Donnerstag kam dann endlich das große Update raus. Dieses Update umfasst erstmal die Balance Changes. Die Balance ist nämlich total anders, total komisch. Ich komme, um ehrlich zu sein, auch noch gar nicht richtig mit der Balance klar. Es gibt zwar ein, zwei gute Decks, aber es ist wirklich super schwierig. Es hat sich herausgestellt, dass der Royal Champ momentan der neue beste Held ist. Ich hoffe, dass sich das Ganze durch den Wrave Master nochmal ein bisschen ändert, aber keine Ahnung, das werden wir dann wohl nächste Woche erfahren. Dazu gab es nochmal eine gravierende Änderung für alle Legendary Spieler. Und zwar kann man nur noch auf dem neuen Board, auf dem Electrum Board und auf dem Spiegel Board spielen. Was ich total Schwachsinn finde, Digga. Man kann nicht mehr auf dem normalen und auf dem Heilfeld spielen, obwohl das doch die einzigen Boards sind, wo es so ein bisschen komplett auf den Skill ankommt. So, Spiegelfeld, Royal Champ, übelster Vorteil. Die anderen beiden Felder auch super random. Weiß ich nicht, fühle ich gar nicht. Ich hoffe, dass das nochmal geändert wird. Dazu wurde noch der Shop geändert. Ab jetzt gibt es keinen Crystal Coin Skin mehr für 100. Also vorher gab es ja den Packer Skin für 100 Crystal Coins, den Print Skin für 600. Ich habe mir den Packer Skin zum Glück schon gekauft. Der kostet nämlich jetzt 800 Crystal Coins. Was echt super mega viel ist. Insgesamt gibt es jetzt 4 Crystal Coins Skins. Bedeutet 3200 Crystal Coins, um alle Skins zu haben. Ich habe mir das gestern im Livestream mal ausgerechnet. Selbst wenn ich komplett auf Crystal Coins tryharde und keine einzigen liegen lasse, schaffe ich es am Ende der Season gerade so auf 2000 bis 2100 Crystal Coins. Dadurch, dass ich den Packer schon habe, fehlen mir dann noch 300 für den letzten Skin. Also es ist wirklich unmöglich, würde ich behaupten, diese Season schon alle Skins zu haben. Ein weiteres Feature, was diese Woche schon verfügbar ist, sind die Clans. Diese umfassen insgesamt 20 Mitglieder, mit denen man zusammen ein Boss Raid machen kann. Da muss man gegen den Lava Golem spielen und wenn man diesen besiegt hat, dann erhält man besondere Belohnungen. Ist ja ein ganz cooles Feature. Wir haben mittlerweile 4 Community Clans. Der 4. ist gerade noch im Aufbau. Wenn dieser voll ist, machen wir den 5. Community Clans. Also wenn du noch einen Clan suchst, dann join doch gerne unseren Community Discord, schreib eine Bewerbung und dann werden wir dich auch noch unterkriegen. Würde mich darüber freuen, die größte deutsche Clash Mini Community aufzubauen. Der Discord Link ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, wie immer. Das waren dann auch die Features, die wir diese Woche bisher freigeschaltet haben. Also viel mehr Neues gibt es noch nicht. Das kommt dann nämlich erst am Montag, wenn die neue Season beginnt. Dann gibt es nämlich erstmal zwei neue Minis, nämlich die Hexe und den Fisherman. Dann gibt es alle Skins, dann gibt es den neuen Season Pass und dann werden die Trophys wieder auf 700 resettet. In der Mitte der Season, also am 21. März, gibt es dann die weiteren neuen Minis. Das ist ja dann der Golden Giant und der Swordsfishman. Das machen die wahrscheinlich, um den Content ein wenig auseinander zu ziehen, damit es nicht so langweilig wird und wir nach einem Monat schon wieder keine Lust mehr haben. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das sollte uns zumindest bis zum nächsten Update wieder bei Laune halten, würde ich sagen. Also heißt es dieses Wochenende erstmal mit den alten Minis und den alten Helden grinden, ein bisschen die neue Meta erforschen und ab Montag geht es dann richtig los. Dann werde ich auch maximal payen. Ich habe richtig Bock auf den Livestream Montag und dann würde ich sagen, springen wir jetzt erstmal in Clash Quest rein. Montag war es dann überraschend so weit, dass Clash Quest Update kam. Die haben auf Twitter gepostet, es sind Wartungsarbeiten und dann war das Update da und es ist wirklich mindestens genauso geil wie das Clash Mini Update. Es gibt nämlich eine neue Insel, zu der ich auch schon ein Video gemacht habe, die ist nämlich übel hart. Also ich habe echt gedacht, die ist einfacher. Ich habe ja vorher schon mal das Death-Bild gezockt und da fand ich es gar nicht so schwer. Aber ich glaube, da hat sich nämlich vom Death-Bild zum richtigen Update doch noch ein bisschen was getan. Es ist doch sehr hart gewesen, zumindest ohne Magical Items und das habe ich ja auch gemacht. Checkt gerne das Video ab, verlinke ich euch oben. Also die Runen sind super wichtig, sonst kann man es glaube ich gar nicht schaffen, wenn man keine Max-Runen hat. Zumindest die letzte Insel bzw. das letzte Level zu schaffen. War schon hart, bockt. So könnt ihr gerne weitermachen. Carlos hatte auch schon eine ganz coole Idee, dass man nochmal alle Inseln in einem sogenannten Hard-Modus machen würde. Keine Ahnung, mit blauen Sternen oder sowas, wo alle Level von Anfang bis Ende nochmal in viel härter reinkommen. Was haltet ihr von so einer Idee? Lasst mal gerne einen Kommentar da. Also ich finde es geil, gerade als Max-Out-Spieler würde ich mich darüber freuen, mal wieder mehr in Clash Quest zu tun zu haben, abseits der Liga. Und genau die Liga, die macht jetzt wieder richtig Bock seit dem Update. Ohne Witz, das waren zwar nur kleine Änderungen mit dem Magical Item in der Liga, aber das macht so krass viel aus. Es ist so geil zu überlegen, wann braucht man das Magical Item, wann kann einem das Magical Item nochmal den Arsch retten. Das hat so Bock gemacht diese Woche. Ich bin auch mit Abstand gerade Erster bei mir in der Liga. Das ist so geil. Dazu kommen jetzt noch die Runen. Ich habe noch nicht alle auf Max, weil ich mal einige erspielen will. Es ist übrigens auch wieder ein richtig geiles Gefühl, mal wieder eine Kiste zu kriegen. Also rundum macht es jetzt wieder mehr Bock. Zusätzlich zu diesen Sachen gab es ja noch eine Designveränderung. Ich habe euch mal ein Bild von den neuen Büchern hier eingeblendet. Gerade die finde ich sehen richtig geil aus. Die Truppen sehen auch mega cool aus jetzt. Vorher sah das ja alles so ein bisschen billo aus und jetzt sieht es einfach alles geil aus. Freut mich, wenn das mit den Updates so weitergeht, dann kann das nächste Update nur noch geiler werden. Zu guter Letzt würde ich euch gerne mal so einen kleinen Fanart vorstellen, den Clash Quest auf Twitter gepostet hat. Und zwar geht es da um einen neuen Boss. Und die Idee, die finde ich mega smart. Es ist einfach ein Boss, der im Wasser sitzt. Das ist quasi so ein Oktopus. Du kannst die Tentakel, die dich angreifen, mit deinen Nahkampftruppen schlagen. Und diesen Kopf, der aus dem Wasser rausguckt, natürlich nur mit den Fernkampftruppen. Weil du ja schlecht mit den Nahkampftruppen ins Wasser gehen kannst. Also finde ich jetzt eine geile Idee. Auch da, lass gerne mal einen Kommentar da. Ich finde den smart und ich finde es cool, wenn es so eine Wassermatt geben würde. Erinnert mich da ein bisschen an Clash Mini, aber kann man gut machen, oder? So viel also zu den Clash News diese Woche. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, tut es mir leid. Dann liegt es vermutlich daran, dass ich die Clash News nicht in Ruhe Sonntagmorgen wie sonst immer aufnehme. Sondern leicht unter Stress schon Samstagmorgen. Also jetzt gerade haben wir es noch Samstag, weil ich den ganzen Tag gleich unterwegs bin. Und einfach keine Zeit hatte, mir wirklich viele Informationen rauszusuchen und so weiter. Deswegen habe ich das alles ein bisschen spontan aus dem Kopf gemacht. Ich hoffe, es passt alles. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.